Herzlich willkommen im Diakonie Klinikum Stuttgart in der Orthopädischen Klinik Paulinenhilfe. Im Rahmen der Vortragsreihe Gesundheitsmagazin berichten wir über Neues und Bewährtes bei Hüft- und Kniegelenkersatz. Wir werden all Ihre Fragen zu Hüft- und Kniegelenkersatz gerne beantworten und stehen für eine ausführliche Fragerunde im Anschluss an den Vortrag gerne zu Ihrer Verfügung. Im Anschluss werden wir auch unsere Ambulanz öffnen, damit Sie, wenn Sie persönlichen Beratungsbedarf haben, auch noch einen Vorstellungstermin bei uns vereinbaren können. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und wünschen Ihnen einen guten und informativen Abend bei uns im Diakonie Klinikum.